Herzlich Willkommen! Wir schauen uns heute das Gelände aus der Flucht aus Goblinstadt Box an. Ich habe hier die Rückseite, die könnt ihr euch mal angucken. Die ist ein bisschen dreckig schon, wir werden gerne wissen warum die dreckig wird. Es geht um dieses Gelände hier, sieht man das noch ein bisschen? Ja, das sieht man noch, gell? Wunderbar! Gut, ich würde sagen bevor wir viel Arme, ich fange direkt mal an. Ich habe hier so ein Gussrahmen und ich bin großer Freund vom Cuttermesser und wir machen das einfach quick and dirty, gar nicht viel Rumeiern an der Stelle, holen wir da einfach mal den ersten Teil direkt raus. Ihr seht, gerade bei dem geht das sehr schnell. Zack, zack und der erste Teil ist schon da draußen. So, dann brauchen wir jetzt auch noch zwei quasi Stiele, auf denen das montiert wird. Und ihr seht, ich bin hier überhaupt nicht zimperlich, das wird einfach radikal hier runter genommen und fertig. Gut, wichtig ist jetzt, dass ihr einmal drüber schaut und die Grate runter holt. Hier sind so kleine Grate, die sieht man jetzt nicht so gut, aber ihr kennt das ja, das ist immer bei den Gussrahmen dabei. Die müssen auf jeden Fall runter, weil das sieht man nachher schon, wenn man das nicht entfernt hat. Gut, der ist in Ordnung und jetzt gehen wir einmal runter rum und ihr seht dann, das Ding auch schon entgratet. Ist nicht ganz so schlimm, wenn man es hier jetzt mal übersieht, weil das ja sowieso ungleichmäßige Bretter sind, aber diese Bretter, die sind auf jeden Fall schick. Wunderbar, gut. Was brauchen wir jetzt? Hier brauchen wir den Plastikkleber. Ich nutze den von Citadel von Games Workshop selber. Könnt ihr mal in die Kamera, sieht man den Schatzi? Gut, wunderbar. Gut, ein bisschen Plastikkleber drauf. Zack. Direkt hier auch. Zack. Und das Schöne ist, ihr seht diese Einkerbungen hier und diese Einkerbungen, die gibt es hier auf den Seiten auch und da kann man das dann einfach so draufstecken und das Schöne ist, das hält relativ schnell. Dadurch, dass das jetzt auf beiden Seiten ist, kann man das so schick hier draufstecken. So, und eigentlich steht das Teil schon. Das ist sehr schön. Was mache ich als Nächste? Ich nehme jetzt einfach mal meine Box, die ihr schon vorher gesehen habt und ihr wisst ja, ich grundiere gerne weiß. In dem Fall nehme ich einfach die ganz normale Grundierung von Games Workshop Skull Wild. Einmal gleich verschütteln und einmal komplett drüber, damit das schön weiß wird. Wenn es nicht 100%ig deckt, ist nicht so schlimm. Ja, ihr seht, bei mir geht langsam der Saft aus. Ich hoffe, es reicht noch. Wunderbar, es reicht noch. Gut. So, ihr wisst ja, ich bin grundsätzlich vorbereitet bei meinen Videos. Das muss jetzt trocknen an der Stelle, deswegen habe ich schon ein komplett fertiges Geländeteil mit weiß grundiert. Da ist das auch schon trocken. Man könnte theoretisch wahrscheinlich in zehn Minuten mit dem Ding arbeiten, weil das mit dem Plastikleber in dem Fall sehr schnell hält. Gut. Okay. Was brauchen wir jetzt? Ich habe jetzt fünf verschiedene Brauntöne oder vier verschiedene Brauntöne. Im Prinzip ist auch vollkommen egal welche. Ich habe hier Scorch Brown, das heißt jetzt Rhinox Hide. Ich habe Gorgoros Brown. Ich habe Monfang Brown. Vollkommen egal. Wichtige sind unterschiedliche, weil Holz sieht nicht an allen Stellen gleich aus. Ich mache die jetzt einfach mal alle auf an der Stelle. Und ihr seht, ich arbeite im Stehen. Und ich bin ziemlich hässlich heute angezogen, weil man wird sicherlich dabei dreckig werden heute. Und das Gute ist, ich bin draußen. Demzufolge kann mein Schatz sich nicht beschweren, dass ich immer streckig werde. Gut. Mein absolutes Lieblingsgerät, der große Trockenbürstpinsel. Ich zweckentfremde ihn, um nicht trocken zu bürsten, sondern um direkt das Ganze zu bemalen. Ihr seht, ich nehme Wasser dazu, habe jetzt die erste Farbe genommen und ich bin da ganz unzimperlich und fahre da ganz radikal drüber. Und zwar an verschiedenen Stellen. So, das war jetzt die erste Braunfarbe. Die zweite Braunfarbe nehme ich mir einfach, hol mir da was und vermische das, damit sich das so richtig schön vermengt. Das muss überhaupt nicht gleichmäßig sein, das folgt auch keinem System, gar nichts. So, da geht er. Zack. Das ist noch ein Braun, ein anderes dieses Mal. Also ihr seht, ganz viele, ist auch wirklich vollkommen egal, welches Braun ihr verwendet. Wichtig ist, dass sich das schön vermengt, dass man die unterschiedlichen Farben sieht und dass das dann schön ungleichmäßig aussieht. Mir fällt auf. Ich habe hier noch ein Braun, das mache ich direkt mit auf, um das auch noch zu verwenden. Das habe ich direkt am Anfang gesucht, deswegen hatte ich fünf gesagt. Und ihr seht, das geht sehr, sehr flott. Da wird nicht lang gefackelt und auch nicht viel sauber gemalt. Das ist auch nicht notwendig, weil wir ja noch mehrere Schritte darüber haben, die uns dann dabei helfen, das dann sauber zu machen. So, geht er jetzt mal drüber. Ich pappe da so zwischendurch mal rein an der Stelle, um das wirklich schön ungleichmäßig aussehen zu lassen. So, wichtig ist, dass alles, das vorher weiß war, und deswegen bin ich so ein großer Freund schon weiß, da sieht man nämlich, was man alles gemalt hat, dass das jetzt in einer Form bedeckt ist. So, dann nehme ich jetzt noch ein helleres Braun an der Stelle. So, wunderbar. Gut. Ihr seht, ich habe bewusst für diesen Schritt das größte Gelände teilgenommen, weil das wahnsinnig schnell geht. Wichtig ist, dass ihr die Ränder macht und vor allem diese Stäbe, die ihr als Halterung hier. Ihr braucht nicht sinnvollig sein, wie gesagt, es geht sehr, sehr flott und wichtig ist, dass einfach nichts mehr weiß am Ende des Schrittes ist. So, hier einmal rundherum. Wunderbar, das geht flott. Gut. Wieder ein anderes Braun jetzt nehmen an der Stelle. Und ihr seht, das hat sich jetzt auf meiner Farbpalette auch richtig schön schon vermengt. Das ist so ein richtig Farbgemisch und wo ich hin tupfe, erwische ich eine andere Farbe und das ist genau der Effekt, den ich eigentlich erreichen wollte. Gut. So, jetzt sind wir auch gleich fertig mit der Bemalung. Das ist auch der lästigste Schritt, weil er mit Abstand derjenige ist, der am meisten Dreck produziert. Und demzufolge, wenn ihr eine Partnerin habt, die genauso penibel ist wie meine, was auch absolut in Ordnung ist, man soll ja die Wohnung nicht versauen, dann bitte auf jeden Fall draußen arbeiten. Geländestücke arbeite ich immer draußen. Oder am Balkon jedenfalls nicht in der Wohnung, weil sonst ist nachher alles fertig. So, wir haben es gleich. Hier ist der Teil gleich fertig. Und ihr seht, wir haben in kürzester Zeit, das waren vielleicht zwei Minuten, einmal dieses ganze Geländestück angemalt. So, jetzt gucke ich mir das nochmal an und sehe, aha, manche Stellen sind noch ein bisschen zu regelmäßig. Und dann ist das Ding auch schon fertig. Das muss jetzt trocknen. Ungefähr eineinhalb Stunden. Die Zeit möchte ich natürlich jetzt nicht abwarten. Demzufolge habe ich etwas vorbereitet. So sieht das aus, wenn es trocken ist. Jetzt gehen wir ein bisschen feiner vor. Ich habe hier eine sehr viel Skelette und die möchte ich einfach mal anmalen. Dann nehme ich mir dazu die Farbe Usha Bibon, auch von Games Workshop. Das ist nämlich eine wunderschöne Farbe, die quasi Knochenfarbe simulieren kann. Die verdünne ich wie immer ein bisschen. Und dann male ich das einfach recht sauber an. Muss nicht perfekt sein. Wir gehen auch nachher gleich noch einmal drüber. Zack, ihr seht, wir malen das einfach an der Stelle hier jetzt an. Ganz simpel. Das ist wahrscheinlich der Schritt, wo ihr am saubersten sein müsst, damit das halbwegs wird. Wenn ihr nicht ganz trefft, ist nicht schlimm. Wir gehen nachher jetzt gleich nochmal komplett drüber, um die Fehler auszubessern, ist überhaupt kein Problem. Sorry, das sieht man nicht in der Kamera, wenn ich das in die Richtung halte. Das drehe ich. Gut, ihr seht, auch das, wenn man ein bisschen geübt ist, geht recht flott. Zack, hier haben wir noch ein paar mehr. Und ihr seht, manchmal fahre ich daneben, ist überhaupt kein Problem. Ihr werdet gleich sehen, warum das überhaupt kein Problem ist. So. Jetzt gehe ich an die Stellen, wo es nicht dick genug aufgetragen ist, nochmal drüber, damit wir wirklich eine schöne, deckende Farbe bekommen. Wenn man sehr sauber arbeiten möchte, kann man schon im Vorfeld die Stellen auslassen und dann quasi drüber malen. Da bin ich zu faul für. Ich gehe dann einfach zweimal drüber. Gut, man kann sich jetzt noch überlegen, ob man diese Tür anmalen will. Habe ich jetzt keine Lust zu, weil aus meiner Sicht muss das Gelände schnell werden. Hier oben haben wir jetzt noch einen Kopf, den male ich jetzt noch in schönem, knochenfarbigen Stil an. Und den zweiten, hier gibt es auch noch ein paar Knochen, die malen wir noch schnell an. Und dann sehen wir eigentlich auch schon durch. Hier sind ein paar Zähne, da gehe ich einmal so locker drüber. Gut. Einmal die Rückseite noch, zack. Und hier noch ein paar Zähne. Zähne, wunderbar. Gut. Hier fehlt noch ein Teil. So. Ihr seht, ich bin da einmal drüber gegangen. Jetzt vielleicht noch ein zweites Mal, um die Farbe auf jeden Fall deckend zu machen, damit das nicht zu stark verrinnt. Gehe ich jetzt nochmal an den wirklich höheren Stellen noch einmal drüber, um das auf jeden Fall deckend zu haben. So. Keine Sorge, wenn ihr gefuscht habt, das ist überhaupt kein Problem. Das muss jetzt wieder trocknen. Das geht relativ flott. Das ist halt ganz normale Farbe. Ich habe dem zufolge wie immer etwas vorbereitet. Und was machen wir jetzt? Wir machen nichts anderes, als dass wir jetzt verschiedene Tuschen verwenden. Ich habe hier Agrax Earth Grey Tusche. Ich habe hier Barbar Black Tusche. Und ich habe hier Reguland Flash Shade Tusche. Und die benutzen wir jetzt. Und ihr kennt ja schon mein Lieblingswerkzeug. Das ist der Trockenpustpinsel. Den benutze ich jetzt auch direkt. Mal die Farben weg, damit sie uns nicht den Weg umgehen. Wir öffnen die. Und diese Tuschen werden wir jetzt einfach vollkommen willkürlich jetzt wieder hier drüber verteilen. Warum willkürlich? Weil Holz nicht überall gleich aussieht. Also ihr seht, ich bin dann überhaupt nicht in irgendeiner Form systematisch. Ich nehme jetzt einfach unterschiedliche. Die vermengen sich dann auch richtig schön. Und das Gute ist, dass ihr, wenn ihr dann über diese Details, die wir so schön angemalt haben, drüber geht, die kommen dann richtig schön an der Stelle raus. So. Gut. Ihr seht, das geht sehr flott. Die Tusche verrinnt gut. Wir gehen da einmal hier am Rand auf jeden Fall drüber, damit das schön wird hier. Ich hoffe, das kann man sehen an der Stelle. Gut. Die unterschiedlichen Tuschen erzeugen wieder, dass die Bretter unterschiedlich aussehen. Deswegen schaut euch nicht, die zu vermengen. Das wirkt auf jeden Fall immer gut, wenn das unterschiedlich aussieht. Man kann natürlich auch noch andere Tuschenfarben. Manche Leute experimentieren, dass sie dann rot reinnehmen. Das gefällt mir persönlich nicht so gut. Aber kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht gefällt einem der Effekt. Und ihr seht, ich tauche jedes Mal anders ein. Und das wirkt schön systemlos. Und das ist genau das, was ich damit erreichen will. Also das ist absolut willkürlich. Einmal hier am Rand drüber gehen, damit man das auf jeden Fall richtig Tuschstall ist. Gut. Einmal hier auch noch am Rand drüber gehen. Vor allem die Stäbe nicht vergessen. Das passiert gerne, dass man dann einfach nicht dran denkt. Und wir haben auch diesen Arbeitsschritt relativ schnell durch. Wir müssen noch diesen Rand einmal hier bemalen. Und der Stab fehlt uns noch. Den nehme ich jetzt mit dieser Tusche hier und gehe da einmal komplett drüber. Und die Teile kommen sehr schnell raus an der Stelle. Gut. Ich gucke jetzt noch einmal. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und mit dem Arbeitsschritt sind wir dann auch schon fertig. Ich stelle den auch wieder hier ab. Auch das muss wieder trocknen. Also da bitte auch wieder Zeit einrechnen. Und jetzt sind wir quasi beim letzten Arbeitsschritt. Jetzt wird nur noch trocken gebürstet. Oh ja, das war schlecht. Das schauen wir uns nachher direkt gleich an. Das ist direkt hier. Das mache ich hier direkt weg. Das passiert. Gut. Da schimpft die Chefin gleich. Macht nix. So. Wichtig ist, dass ein Trockenbürstpinsel immer ganz sauber ist. Gut. Dann nehmen wir uns wieder unser Uschapi-Bohnen. Die mache ich jetzt so, damit es nicht noch mal ungeschickt passiert. Gut. Okay. Wir gehen jetzt einfach mit dem Pinsel nehmen wir ganz wenig Farbe. Ihr seht, ich verreibe da sehr lang. Und gehen jetzt einfach noch mal über das gesamte Geländestück drüber. Und ihr seht, wir bekommen aufgrund dieser unterschiedlichen Tuschen und der unterschiedlichen Brauntöne wirklich ein relativ realistisches Holz-Gee. Eine Holzmaserung würde ich jetzt mal sagen an der Stelle raus. Nicht vergessen, natürlich auch hier an den Rändern drüber gehen einmal. Da reicht meistens einmal so schön drüber fahren. Hier auf jeden Fall auch einmal am Rand drüber gehen. Und dann, sorry, ich mache das in die Kamera. Hier auf jeden Fall drüber. Wer besonders fleißig ist, kann noch einen extra Arbeitsschritt machen. Den werde ich auch noch mal ganz kurz zeigen. Ist nicht unbedingt notwendig, kann man aber machen. Und zwar, ich habe ein Skull-White vorbereitet. Jetzt heißt das nicht mehr Skull-White, jetzt heißt das White Scar. Das benutze ich gleich nochmal, um die Knochen noch ein bisschen weiter rauszuholen. Kann man noch einmal drüber gehen, damit das noch plastischer wirkt. Muss man nicht machen für diejenigen, die eine Fleißaufgabe machen wollen. Die können das gerne an der Stelle anwenden. Ihr seht, ich bin da relativ unsauber. Einfach mal drüber gehen, wirkt auf jeden Fall gut. Ist ein Geländestück, muss nicht perfekt bemalt sein. Einmal drüber hier, zack, hier mit dem Weiß. Ihr seht, eine Ladung reicht fast für den ganz gesamten Teil hier. Und dann sind wir an der Stelle auch schon fertig. Wunderbar, wie sieht das Ganze im Gesamten aus? Ich kann es vielleicht einmal darüber schwenken. Ich habe da schon mal was aufgebaut. Das kann man jetzt einfach hier dazustellen. Und das passt perfekt. Ihr seht, jeder Teil sieht durch die unterschiedlichen Färbungen komplett anders aus. Und ich werde jetzt sicherlich im Nachgang die restlichen Teile auch bemalen. Ich hoffe, das wird ähnlich gut wie das, was wir hier schon zu sehen haben. Der Thron des Goblin-Königs wurde im gleichen Stil bematt. Eine Grundfarbe, einmal schwer getuscht und danach eine Schicht mit trockenbrüsten Ton. Gut. Ich hoffe, euch hat mein Kurztutorial gefallen. Kommentiert fleißig, gebt mir den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Teilt das gerne, wenn es in eurem Sinne war. Und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön, tschüss.